Ja, hallo und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um Botschaften und Energien von Kommandant Ashtar Sheran, Meister Saint-Germain, Ernst Engel Metatron, Meister Merlin, Neptun und Aquarius Aquarian. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt mit mir zusammen verbinden, mit Mutter Erde und im Kosmos, um diese Botschaften und Energien noch intensiver wahrnehmen, spüren und vielleicht auch noch leichter in deinem Lichtkörper integrieren zu können. Stell dir dafür einfach vor, wie aus deinen Fußsohlen Lichtstrahlen oder Wurzeln wachsen, tief hinein in Mutter Erde. Und wie du über diese Wurzeln oder Lichtstrahlen die Energie aus Mutter Erde aufnimmst und sie fließen lässt in deine Beine, in dein Beine, als die Energie von deinem Becken in deine Wirbelsäule fließen, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus und spüre in deinem Herzen die tiefe Verbindung zwischen dir und Mutter Erde. Lass die Energie dann weiter fließen von deinem Herz in deinen Hals, von deinem Hals in deinen Kopf und darüber hinaus in den Kosmos. Verbinde dich mit der Sonne, mit der Zentralsonne und spüre, wie die Energien fließen über deine oberen Chakren, in deinen Lichtkörper, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und spüre, wie sich in deinem Herzen die kosmischen und irdischen Energien miteinander verbinden, vereinigen und verschmelzen. Und spüre auch, wie sich von dort aus deinem gesamten Lichtkörper erfüllen. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch deine Chakren ein bisschen öffnen und weiten und dein Energiefeld ausdehnen. Stell dir davon einfach vor, wie sich in deinen Chakren Lotusblüten oder andere Blüten befinden, die jetzt langsam ihre Blätter öffnen. Behutsam und sanft in deinem eigenen Tempo und Rhythmus kannst du diese Chakra Blüten öffnen und spüren, wie die Energie des Lichtes und der Liebe die Energie aus Mutter Erde und aus dem Kosmos einfließt auf deine Chakra Blüten die verschiedenen Schichten deiner Chakren von Chakra zu Chakra in deiner Aura und ihrer Schichten deinem gesamten Lichtkörper der sich jetzt immer weiter ausdehnt und kilometerweit um dich schwingt voller Licht und Liebe und sich so ganz automatisch verbindet mit anderen Lichtfeldern auf diesem Planeten und darüber hinaus. Spüre, wie durch diese Verbindung sich deine Lichtenergie potenziert und wenn du magst, atme noch einmal tief ein in die dich umgebenden Lichtfelder. Atme Licht in deinen Lichtkörper ein und wieder aus. Und vielleicht spürst du auch schon die Präsenz von Komalant Ashtar Sheran der jetzt zu dir sprechen möchte. Dies ist ein Teil Aspekt von Nostar Sheran der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich herzlich willkommen heißt in diesem hochfrequenten und fein ätherischen Channeling um dich an diesem Datum zu verbinden mit neuen Gefällen die deine spirituelle Energetik deine Medialität auf besondere Art und Weise pusht und in eine neue Energetik hineingeleitet sofern dich dafür öffnen magst kannst du jetzt die Energien spüren die Aura und das Herzchakra dieses Mediums aus meinen Gefühlen gelenkt werden um dich mit der Galaxis und Entragalaxis mit deinen eigenen Energiefeldern auf neue Art und Weise zu verbinden insbesondere mit der Monade so ist in diesem Channeling der Schwerpunkt darauf deine Monaden Energetik in deinem Sein zu stärken und es dir zu erleichtern die Connection zu deiner Monade noch einmal intensiver zu spüren in einer neuen Frequenz so wird dies zu diesem Datum ganz besonders wichtig sein um sich im eigenen spirituellen Prozess auf allen Ebenen neu zu verbinden und eine größere Frequenz im eigenen Sein zu erzeugen dies meint vor allem dass deine Hellsichtigkeit und deine Wahrnehmung über dein drittes Auge sich verändert in den nächsten 14 Tagen ganz intensiv und dich vorbereitet hier auf das Jahr 2024 die Geschwindigkeiten der Veränderung anders zu spüren und vor allem dich auszurichten als multidimensionales Wesen in ein neues Bewusstsein so ist die Energetik zu diesem besonderen Datum ganz intensiv eine Frequenz die dich reinigt und klärt Illusionen und Täuschungen löst und dein Sein auf besondere Art und Weise in eine neue Frequenz der Klarheit und Bewusstheit lenkt so wie es für dich angenehm ist und im kollektiven Prozess vorgesehen so ist das ein Aspekt den du jetzt betrachten kannst in deinem Sein wie du mit diesen Energetiken umgehst und im Kollektiv schaust was sich verändert ab diesem Datum bis zum 6.1.2024 spüre die Energien die jetzt fließen dich in diesem Prozess der Visionärkraft und des Schauens zwischen den Dimensionen und über die Schleier hinaus unterstützen das Verständnis deines eigenen Seins als multidimensionales Wesen noch einmal neu zu betrachten und in deinem Sein die Entwicklung voranzutreiben so wie es für dich angenehm ist so wird Meister Saint-Jean-Mont jetzt zu dir sprechen um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren dies ist ein Teil Aspekt von Saint-Jean-Mont der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich herzlich willkommen heißt in diesem Channeling nun eine Ausrichtung stattfindet in neue Gefälle zu diesem Datum ganz besonders in dem Zyklus der nächsten zwei Monate dich darauf auszurichten dass die Veränderung deines Seins insbesondere deines Lichtkörpers und deiner Wahrnehmungsfrequenzen deiner Antennen deiner Chakren deiner Aura jetzt eine neue Stufe erreicht und du möglicherweise dich jetzt neu ausrichtest dich in der Galaxis anders wiederzufinden dies meint vor allem auf Planet Erde jetzt eine neue Bewusstheit zu erlangen in dem Sinne dass du dir selbst deiner Kraft und Mächtigkeit bewusst wirst und vor allem im Hinblick auf die kollektiven Prozesse so kann es sein dass du in der alchemistischen Tradition und allem was verschmelzend und verbindend wirkt jetzt eine neue Energetik annimmst und in deinem Seinbewusstheit so herauskristallisierst dass dir ganz klar ist welches der nächste Schritt ist in deinem Prozess und wie du ihn erreichen kannst mit ganz konkreten Utensilien im Sinne der Alchemie und Magie auf Besonderheit und Weise zu nutzen in deinem persönlichen Prozess möglicherweise möchtest du mit den Frequenzen Zahlen und Symbolen nun neue Ergebnisse in deinem Energiefeld erzeugen und es dir erleichtern als alchemistischer Meister auf Besonderheit und Weise nun eine neue Perspektive auf diese Welt und dich selbst zu bekommen in einer neuen Frequenz wisse dass die Alchemie und Magie zu diesem Portal welches ich jetzt so nennen möchte sich neu öffnet und du von diesem Datum bis zum 12.12.2023 eine hohe Frequenz annehmen kannst in deiner Bewusstheit die aussortiert und gleichzeitig öffnet die in multidimensionale Gefilde und Ebenen sich öffnet auf neue Art und Weise so wird er als eigener Metatron jetzt zu dir sprechen und weitere Botschaften diesbezüglich vor allem in Bezug auf den kollektiven Prozess zu dir zu kanalisieren dies ist ein Teilaspekt von Metatron der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich herzlich willkommen heißt in diesem Channeling welches hochfrequent die Verbindung zu den Monadenstrukturen und oberen Gefilden auf Besonderheit und Weise stärkt und es dir erleichtert in dieser Monadenfrequenz zu schwingen dich zu verbünden mit deiner Familienseele deiner Seelenfamilie verschiedenen Aspekten deiner eigenen Seele und die Verbindung zwischen den verschiedenen Strängen in deiner DNA neu herzustellen vielleicht wirst du feststellen dass die Synapsentätigkeit sich verändert in diesem Prozess insbesondere von diesem Datum bis zum 12.12.2023 und vom 12.12. bis zum 24.12.2023 auf Besonderheit und Weise die Energetik der Christusfrequenz und des Christusbewusstseins über die verschiedenen Christusgitter und Christusfrequenzen wie dir 33.333 intensiv intensiviert in der Hinsicht dass dein Lichtkörper sich anders anfühlt und du als es loslässt und im kollektiven Prozess neue Lösungsmöglichkeiten erkennst insbesondere in deiner eigenen Energetik diesen kollektiven Prozess ganz bewusst mit zu steuern mit kollektiver Prozess ist vor allem gemeint was du als kollektiv empfindest in deiner Gruppe in deiner Community in deinem Wirkungsfeld im gesamten Erdfeld dies meint vor allem die Veränderung der Sonnenfrequenz und die verschiedenen Frequenzen die über die Erdinneren und Erdäußeren Schichten auf deinen Körper gelangen so kann es sein dass du diese Frequenzen noch intensiver spürst und vor allem in deinen Füßen und den unteren Chakren zu diesem Portal eine neue Energetik erzeugst die deinen gesamten Lichtkörper intensiv transformiert spüre diese Energetiken jetzt die insbesondere die Synchronisation der kollektiven Felder untereinander evoziert und in den verschiedenen kristallinen Toren eine neue Energetik erzeugt insbesondere in den Energiefeldern von Sirius, Arcturus, Chaturon, Oktarion, Vega, Antares und dem Gefilm von Lyra in einer neuen Frequenz so kannst du spüren wie diese Energien jetzt zu dir fließen und es dir erleichtern in deinem Prozess voranzustreiten um dein Heiler und Medium sein dein Lichtarbeiter sein auf neue Art und Weise zu empfinden möglicherweise mit einer höheren Bewusstheit und mit dem nächsten Schritt der jetzt vor deinem geistigen Auge erscheint in diesem Moment in dieser Sekunde so ist es ein Aspekt dass diese Erkenntnis und Bewusstheit über das was der nächste Schritt ist für dein Sein in deinem Prozess in den nächsten zwei Stunden ganz intensiv eintreten kann und du über die nächsten 20 Tage darüber hinaus erkennst wer du wirklich bist in deinem Sein und aus dieser Energetik heraus die kollektiven Felder anders spürst so kannst du jetzt spüren was damit gemeint ist über die Aura und das Head Chakra dieses Mediums dass die Energien sich erhöhen und in höhere Gefilde lenken lassen sofern du darauf bewusst deine Aufmerksamkeit lenkst und als Meister deines Seins jetzt eine neue Frequenz erzeugst dies meint vor allem die Frequenz des Herzens des 14-dimensionalen Herzbewusstseins so hört Neptun jetzt zu dir sprechen um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren dies ist ein Teilaspekt von Neptun der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich herzlich willkommen heißt in diesem Channeling kannst du dich ausrichten deine spirituelle Energetik ganz intensiv zu entfachen auf besondere Art und Weise dein Bewusstsein zu erhöhen und dich auszurichten was in deinem Prozess der medialen Entwicklung jetzt besonders wichtig und dienlich ist so kannst du die Energien spüren die jetzt fließen aus meinen Gefilden Neptunische Frequenzen die deinen gesamten Lichtkörper erhöhen und dich in deinem medialen Prozess leichter und höher tiefer und weiter sehen lassen was deine mediale Entwicklung bereithält und wie du möglicherweise deinen gesamten Energie und Lichtkörper fühlst über deine Aura deine Chakren deine Strang-DNA deine Meridiana deine Synapsen die sich jetzt synchronisieren mit Neptun auf besondere Art und Weise in dem Sinne dass du die Galaxis jetzt noch intensiver spürst in deinem Sein und Neues in dein Feld gelangen kann aus meinen Gefilden kannst du spüren wie alle Planeten Konstellationen jetzt für dich leichter erfahrbar sind und du einen Schwerpunkt legen möchtest auf einen besonderen Planet auf ein besonderes intergalaktisches Sternenvolk und es dir erleichtern jetzt in der Frequenz der Sternenkraft zu schwingen als Sternenkind als Sternensaat jetzt dein Tagwerk zu tun und in deinem Sein jetzt etwas Neues zu kreieren dieser Energetik werde ich dich unterstützen um Illusion und Täuschung aus deinem Sein zu lösen und dich darauf zu konzentrieren sofern es dein Wunsch ist dass alles miteinander verbunden ist und du in deinem eigenen pragmatischen System jetzt die Schritte gehen kannst um dich darauf auszurichten dass deine mediale Öffnung und Entwicklung multidimensional erfolgt um diesen Prozess intensiv zu unterstützen wird jetzt Aquarius Aquarian zu dir sprechen um multidimensionale Energetiken zu transferieren dies ist ein Teilaspekt von Aquarius Aquarian der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich herzlich willkommen heißt in diesem intensiven kraftvollen und hochfrequenten Channeling welches dich verbindet mit deiner Monadenstruktur auf der untersten Schicht deines Körpers dies meint vor allem deiner DNA deiner Strang-DNA deines Gewebes und deiner Strukturen die deinen Körper umhüllen so ist dies besonders wichtig in den nächsten zwölf Tagen um sich ganz besonders neu auszurichten auf die Frequenzen die jetzt kommen werden für das Jahr 2024 in übergeordneter Zuordnung zwischen 2024 und 2026 in diesem großen Zeitfenster wird deine Medialität sich auf neue Art und Weise mit der Wassermann-Frequenz synchronisieren und du wirst die Möglichkeit erhalten dein gesamtes Potenzial auf Besonderheit und Weise zu entwickeln andere Aspekte deines Seins zu betrachten und aus dieser Energetik heraus dich neu ausrichten auf dieses neue Bewusstsein der neuen Zeit so kann es sein dass du die Entwicklung der Erde jetzt noch intensiver spürst über deinen gesamten Körper und es dir leichter fällt einzuordnen wie die verschiedenen Systematiken deines Lichtkörpers deines Energiekörpers sich dortieren orientieren und besonders mit den Sternen verbunden sind so kannst du spüren wie die Energien dich fließen darin unterstützen dass dein Körper sich ganz magnetisch ausrichtet auf die Sterne auf die verschiedenen Planeten und nicht nur in der ätherischen Ebene die Sternenvölker spürt sondern ganz besonders auf der materiellen Ebene kannst du dich hineinbeamen und hinaus beamen in den Kosmos in die Universen und Multiversen in deinem Herzen spüren wie du in dieser Energetik zentriert wirst durch das was dir möglicherweise ersichtlich ist in deinem Ursprung als Erkenntnis dessen dass du aus der Quelle gekommen bist um jetzt im lichtvollen sein zu materialisieren so wie es für dich angenehm ist und auf diese Art und Weise dich neu auszurichten in in das neue Bewusstsein des Wassermann Zeitalters in einer Energetik die alles ineinander verbindend neu kreierend aus sich selbst heraus gebiert und aus dem Chaos eine neue Ordnung entstehen lässt die Neues im gesamten Kontext kreiert dieser Kreationsprozess wirkt dir möglicherweise noch bewusster zu diesem Portal und insbesondere in den nächsten sechs Tagen was Kreation auf den verschiedenen Schichten deines Seins bedeutet und wie du sie in deinem Energiefeld ganz bewusst lenkst leitest und verbindest mit anderen kreativen Feldern dies ist die große Energetik die in den nächsten sechs Tagen intensiv verfügbar ist Ja, das waren die kraftvollen und intensiven Botschaften der aufgestiegenen Meister und Lichtwesen für dieses Channeling und ich wünsche mir für dich dass es dir dienlich sein mag ich danke dir ganz herzlich dass du mit dabei warst heute ich würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen hier auf dem Kanal von Live Your Spirit und ich kann nochmal hinweisen auf unseren Adventskalender auf Instagram da kannst du dir gerne für tägliche Impulse bis zum 24. 12. Inspirationen abholen und es gibt auch ein, zwei kleine Goodies mit denen du in unserem Shop Rabattaktionen erstehen kannst ja danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Live Your Spirit Tschüss